Müssen wir jetzt nochmal schnell gucken. Quatsch. So, also ich hoffe mal, dass die Sounds jetzt... Ob ihr noch was hört, ist die andere Sache, aber theoretisch sollten die Sounds jetzt vollkommen okay sein. Das glaube ich mal. So, wann habe ich das letzte Mal kommentiert? Und falls ihr euch das jetzt gerade mal fragt, weil ich irgendwie jetzt auch nicht gerade der Beste mit dem Kommentieren bin.